Sind Sie Herr Sperling? Ja. K.O.-Tropfen verabreicht und dann vergewaltigt zu haben. Ich glaube, dass Robert Engel was damit zu tun hat. Wie war es denn wirklich, Mom? Ich bin weggedämmert und du hast trotzdem weitergemacht. Es war Robert Engel. Du hast mich vergewaltigt, Mom. Es tut mir leid, was dir passiert ist. Du kannst doch nicht für alles Robert Engel verantwortlich machen. Robert Engel. Robert Engel treibt dich in den Wahnsinn und du bemerkst das nicht mal. Manche Menschen werden hineingeboren und andere haben nicht mal das Recht darauf. Ich werde vor ihm zurück nach Tunesien müssen. Du könntest einen Deutschen heiraten. Also wie mich? Hau ab! Und langsam fängt die ganze Sache an Spaß zu machen. Vor Robert Engel habe ich keine Angst. Was ist es dann? Ich habe Angst vor dir. Du Arschloch. Ich vermisse dich. Ich vermisse dich. Ich vermisse dich.